Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also es ist, ich meine, man sagt ja Mike-Disziplin, dass man nicht durcheinander quasi schreit und das halt eben sinngemäß einer spricht. Und ich glaube, das ist in diesem Fall einfach auch noch weiter zu sehen. Also du musst nicht nur jetzt innerhalb des Meetings einfach bitte schalt doch dein Mikro leise, wenn du nebenbei, ich weiß nicht, deine Cornflakes isst oder etwas, sondern denk auch darüber nach, was du mit deinen Meetings für Auswirkungen hast auf die anderen. Genau wie du das gesagt hast, also ein halbes Stunde, ein Termin, der eine halbe Stunde dauern sollte und auf einmal dauert er nur eine Viertelstunde. Das ist natürlich ein Problem, weil was soll ich machen in der Viertelstunde? Ja gut, ich kann halt selber rausgehen, was trinken gehen etc. Aber diese Zeit, die natürlich in Summe sehr begrenzt ist, die ist halt dann weg. Und sie wurde ja quasi mir dann gestohlen, weil da hätte ich eine Viertelstunde vorher länger arbeiten können, sondern mittendrin bringt es mir gar nichts. Also da zu schauen und ich glaube speziell als Führungskraft da auf seine Mitarbeiter auch entsprechend zu schauen, wie händeln denn die ihre eigenen Kalender und wie werden ihre Kalender bebucht? Und darüber immer wieder mal reinzuschauen. Ich meine, diese alle Tools heutzutage haben ja überhaupt kein Problem, dass man zumindest diese sieht, was für Termine und vielleicht noch den Titel oder je nach Einstellungen der Berechtigungen. Aber dass man da ein Auge drauf hat, das würde ich absolut in der Fürsorgepflicht der Führungskraft sehen.